moin willkommen auf meinem kanal zu die siedler neue allianzen dritter das kloster teil 3 und auch mein letzter teil weil es wird ja qualitativ nicht mehr besser nur noch quantitativ und da habe ich ehrlich gesagt nicht so ein riesen bock drauf ich will euch kurz zeigen was ich hier alles entwickelt habe zum schutz also das hier ist alles voll durch entwickelt hier habe ich das das ist aber nicht so das entscheidende entscheidend ist er das hier und hier haben wir noch ein paar sachen druiden cool darum verkürzt sich und so weiter das soll erstmal dazu sein und jetzt ich habe die produktion von soldaten erst mal gestoppt weil die träger sonst weg sind aber wenn wir gleich angreifen dann werden ja wieder welche frei ja das ist ruhig erstmal bogenschützen machen und hier müssen wir auch wieder gas geben da werden die gemacht und hier haben wir ohnehin das schon mal und hier können wir auch mal sehen wie viel wir da machen können machen wir mal sechs wenn wieder welche zur verfügung stehen werden die auch gemacht hier werfen schmiede habe ich angeschmissen ja dann müssen wir eigentlich nur noch eins machen hier ein sammelpunkt setzen 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 auch hier nochmal dann gehen die gleich dahin und da müssen wir dann auch noch mal in sammelpunkt hier oben hinsetzen dann gehen die da auch gleich hin so und dann haben wir hier noch eine waffenschmiede die ist aber angehalten weil dann kein stoff mehr ist schmelze die läuft und hier nach hause gehen die familie wartet auch den sammelpunkt setzen so denn wir werden gleich ein paar soldaten weniger haben bereit für den kampf hier ist jetzt alles voll weil wir keine träger mehr haben ich hatte gerade noch rechtzeitig alles gestoppt damit die sachen zur universität transportiert werden so der wollen wir mal gucken wir nehmen jetzt hier diesen schwung ist mit haben wir mal steuerung 3 wir werden gleich alle mit einkassiert okay wir werden jetzt erst mal hier angreifen habe ich mir so überlegt hier haben wir ja dieses scheiß mohr wo wir dann auch noch irgendwie gesundheit verlieren und so weiter so gehen sie schon mal ein stück stückchen weiter weil ich ja jetzt mehr sehe hier und hier sind die nehmen natürlich denn erst recht so jetzt werden wir mal bis zu kommen wir haben ein gebiet entdeckt wird angegriffen wie ihr seht hier es geht rapide runter hier auch 500 ist übrigens die grenze von einwohnern mehr wenn wir nicht hier erzeugen so rekrutierung abgeschlossen jetzt gehen wir mal ganz schnell hier aus diesem schied raus wo wir so negativ beeinflusst werden hier ist noch was was laufen muss dann haben wir aber jetzt schon ganz schön viel wieder verloren sehen wir ja auch hier dran aber die produzieren jetzt gleich wieder soldaten das waren 318 jetzt haben wir schon wieder 325 und die kommen ja dahin durch das warten wir erst mal ab bis hier fertig ist und und anders können wir das auch nicht gucken glaube ich wir müssen immer wenn wir was geschafft haben dort bleiben und warten bis der rest ihr könnt eine belohnung abholen was auch immer das war wahrscheinlich hier alle gesund jetzt so wenn wir mal hier gucken hier ist schon mal wieder richtig alles voll ich weiß nicht was hier jetzt ist aber guck mal hier drei stück und das ist einfach zu viel das ist wirklich zu viel wir gehen jetzt erstmal hier wieder hin allemann in der zeit kommen hier die neuen soldaten die füllen das ganze dann auf müssen wir halt ein bisschen warten dafür haben wir den ersten kampf hinter uns und können soldaten auf das war mal 340 ist uns 318 haben wir also schon ganz schön viel verloren ich fühle mich wie zu hause nur so jetzt kommen sie erst mal hier ja und dann haben wir auch hier wieder ich höre mystiker war hier nicht noch irgendwas mit mystiker da kommt mal hier 500 das war mehr können wir nicht machen das war sehr und hier wohnhäuser ja das brauchen wir jetzt nicht auch nicht alle gebäude 500 lebenskraft da können wir jetzt überall darauf verzichten wir sind jetzt hier oben so machen wir hier 326 dass ich schon mal so ein bisschen kommen und dann gehen wir mit den bis hier so ungefähr da hin und hier das sieht ja noch nichts aus aber ich bin der meinung da kommt gleich noch eine ganze menge deswegen müssen wir ein bisschen taktisch denken das sind wir jetzt mal hier alle eintreffen dann schnappe ich mir hier ein oder eine und dann gehe ich mit der mal da hin und dann kommen wir noch das ist gut die stellen sich auch sinngemäß auf erst die leute die äxte haben und dann kommen die bogenschützen und da hinten kommen die mystiker was weiß ich alles die zaubern oder was auch immer hier sind die schildknappen da die müssen das ist mal nach vorne kommen so blablabla immer warten bis sie sich sortiert haben hier die kommen gleich auch guck mal hier aber das gute ist die haben wir haben alle nur noch halbe kraft dann können wir noch warten die pflicht ruft befehl erhalten auf patrouille ich muss die augen offen halten Oh, halten. Guckt euch mal an, die Mengen, die hier kommen. So, hier müssen wir jetzt mal wieder heulen, weil es uns losgeht. So, hier müssen wir jetzt mal wieder heulen. Oh, ich komme auch jetzt mal welche durch. Ah, trotzdem noch. Oh ja, das ist gut. So, wie viel haben wir denn noch? Dann wollen wir mal, ne? Oh ja, das ist gut. So, wir müssen mal was kaputt machen hier. Was kaputt war, was kaputt war? Ja. Ja. Ja, deswegen wollen wir hier alle hin. So, los. So. So, guck mal, wir haben schon fast 100 verloren, aber die werden auch relativ schnell aufgefüllt. Und dann warten wir einfach, bis wir hier alles stattgemacht haben und die alle nachrücken. Dann haben wir hoffentlich wieder genug Soldaten. Unsere Truppen werden verstochen. Unsere Truppen werden verstochen. Um weiterzumachen. Ne? Ja. 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 Und dann hören wirmals. mal die schlimmen dinge mehr unsere truppen werden verstochen so was haben wir hier da hinten sind wieder türme müssen wir aufpassen dass sie da nicht hingehen und hier sind auch wieder welche schön hierbleiben ja macht man hier erstmal alles platt ja ja wenn da hinten lang aber immer wieder zurückziehen hier sonst gehen sie alle hier zu den türen die du dies so dann wollen wir jetzt hier mal ich hoffe ich kann hier jetzt noch ein paar sachen anstoßen was ist das hier sehe herr so dann den haben wir ja auch hier oben hingesetzt glaube ich den punkt wo sind sie denn da wir arbeiten schützen immer bereit dann lasst uns erst mal warten bis sie alle eintreffen hier und hier aufpassen dass die hier nicht das ist da warum wieder schon wieder was vorsicht lieferung der auftrag rekrutieren abgeschlossen hier sollt ihr herkommen und hier halten so wie kommen sie reagieren sie jetzt so dann haltet das mal jetzt hier und zwar hier hier sollt ihr bleiben was ist denn das jetzt schon wieder unsere truppen werden dann ist ihr stück weiter dahin so ok jetzt wollen wir mal hier gucken das ist ein zu weit hier oben da rekrutierung abgeschlossen das wir erstmal hier alles einsacken an gebiet damit die da nicht wieder bauen können die gehen noch zu ihren kumpels hier hier kann jedenfalls nichts abgeholt werden das können wir uns gleich abholen das müssen wir erst mal warten bis unsere hier sind wir haben 22 ingenieure das geht relativ flotikowski hier wir müssen natürlich in das gebiet rheinler bevölkerungslimit erreicht hier verlieren sie die hälfte der lebenskraft so nach und nach damit müssen wir jetzt leben aber wenn die hier bis hier sind und dann wollen wir uns das hier holen wenn es klappt wir haben ja nicht so viel träger das heißt wir müssen müssen gleich schon wieder die werden verstochen eure armee wird heimgesucht ja ja das ist das ist jetzt hier unsere armee quasi ne 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 200 wir hatten über 300 soldaten also müssen wir ein bisschen warten aber wir sind da draußen sicher ich hoffe wir sind da draußen sicher ich hoffe wir sind da draußen sicher unsere truppen werden verstochen ich hoffe das kämpfen ist bald vorbei mal sehen wie weit wir das kriegen hier wenn wir hier ein teil zwischen treiben ist ja schon mal gut keine banditen in sicht ein guter tag ich hoffe das kämpfen ist bald vorbei eines tages werde ich meine familie dafür ist es gut wenn man die beschleunigt hat dann geht das hier ratzi batzi ich hoffe ich sollte auch keiner mehr rüber ich muss nur auffassen dass die hier nicht zu weit gehen sonst werden sie abgeschossen das wollen wir ja nicht dann wollen wir die wenn sie sich gesammelt haben erstmal wieder zurück beordern ja mach doch noch ein bisschen naja da das ist die meldung gebiet wurde vergrößert das warten wir bis die 22 da sind 21 22 oder habe ich schon welche verloren ich liebe die arbeit siehst du jetzt kommen unsere träger und holen das nämlich ab hier haben wir wieder jede menge rotstoffe hoffe ich na guck mal weil das jetzt unser gebiet ist und waffen unter sich fisch egal was aber sie holen es ab und die anderen haben es nicht das ist ja auch wichtig dass wir sie von den rohstoffen abgeschnitten haben so und jetzt müssen wir warten bis wir wieder genug soldaten haben um die nächsten türme platz zu machen und das gebiet wieder zu vereinnahmen anders wird es nicht gehen das alles hier einzukassieren und wir müssen dann selber auch türme bauen sonst haben wir das problem dass die uns das wieder alles wegfiedeln so jetzt lass ich mal erstmal hier laufen guck mal hier die sind jetzt hier in gange ja 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 so lasst mich durch nur noch eine lieferung 216 also das ist jetzt sag ich mal für alle die das spiel bis hierhin schon gespielt haben oder damit anfangen wollen exemplarisch wie man es machen könnte wenn der andere noch bessere ideen hat ist das wunderbar aber für mich ist jetzt erstmal hier der bereich abgetrennt das heißt sie können jetzt hier nicht mehr beliebig hin und her laufen ja die stehen jetzt erstmal so lange bis die hier alles ab transportiert haben und keine banditen in sicht ein guter tag und der spieler sollte warten bis er hier wieder über 300 hat ne das geht natürlich alles zu lasten der träger hier die hier beschäftigt die träger die liefern waren aus die holen die sachen hier ab ne aber da gehen dann nach und nach welche von runter weil ich hoffe hier wird es auch steigen ne mal eben gucken 216 irgendwann müsste das ja auch wieder steigen aber die träger fehlen natürlich jetzt auch bei der zulieferung der waffen schmiede und so weiter weil die jetzt hier alles abholen also das zieht jetzt ein bisschen und das ist sag ich mal nicht so nach meinem geschmack ne und warum die wir müssen ausgeliefert werden wir müssen mehr wege noch pflastern damit sie die hier eingesetzt werden ne die esels karren das sind ja auch träger die abgezogen werden ähm ich will mal hier gucken naja da stehen schon wieder welche dann fangen wir mal an hier das ist gar nicht schwer so ein schöner tag ich glaube ich gehe zum strand das ist doch du musst bist du bei der die vorsicht lieferung so bis dahin ist wirklich jetzt auch schon ja dass die auch hier dann die edelskarren jetzt langsam mal einsetzen wir haben ja ohnehin jetzt die zeit darauf zu warten und unsere ganzen ingenieure die können jetzt hier kann die müssten hier jetzt eigentlich wieder verschwunden sein jawohl die standen ja hier und jetzt laufen sie dahin wo sie hin sollen und die bauen schon wieder das ist aber nicht in meinem sinne so dass hier können die zumindest nicht ausbeuten wir haben ja genug so hier die sind immer noch am laufen sollen sie machen nur alles was wir haben können die anderen nicht mehr nutzt also muss man dann denken und die haben ja auch weniger fläche wo sie jetzt bauen können das ist ja das gute und hier kommen sie gar nicht mehr hin hier steht noch so ein paar handeln aber guck mal also drei türme bis wir die platt machen müssen wir erst wieder genug soldaten haben und das dauert noch mehr hier sind 216 also das jetzt als anstoß na ich bin ja bei 300 glaube in die 40 war das angefangen jetzt guckt mal jetzt habe ich hier 130 ungefähr schon wieder verloren eigentlich sogar noch mehr 180 die sind ja schon wieder aufgefüllt worden da sind schon 50 dazu gekommen durch die schmiede und so weiter so aber ihr klassisches brüche warten bis die hier es werden immer weniger träger weil die im moment hier nur noch eine lieferung diese wagen sind schwer lässt mich durch gar nicht schwer das muss sofort ausgeliefert werden stein verloren jetzt aber wir haben die ganzen straßen jetzt hier schon mal alle nicht aber die hier oben die haben wir jetzt schon mal umgestellt und da müssen wir auch eigentlich ist bald ein paar eselkern sehen mal sehen und die und wir sind schon wieder hier hoch damit sie da oben die straße legen können ach so hier müssen sie noch steine bringen und dann haben sie es durchgehend guck mal da ist schon der erste esel bringen die steine hier hier wohl da auch und dann fehlt noch hier was jetzt kommt er schon schon mal hoch da mit seinem esel so durchgehend jawohl hier kommt der esel karren ich hoffe der geht auch rechts rüber dann soll das so sein da geht der nächste los denn die laufen ja nur auf stein mit ihren karren hier sind noch ganz viele die frei sind aber das gibt sich irgendwann bin ich von überzeugt ich habe das ganze dort gesehen ich bin so was ist das hier schmelze das mal wieder anschmeißen und was haben wir hier sägewerk da wird nichts abgeholt sägewerk da wird überall nichts mehr abgeholt weil wir das können wir auch mal wieder anschmeißen so was haben wir denn noch hier die sind alle voll und hier bleibt ja das kommt dann was haben wir hier also hier haben wir bis zum anschlag wo sind die schmelze dass die schmiede schmiede da ist schmelze die ist aktiviert verstochen aber die kriegt keine keine sachen das ist gar nichts habt ihr den gildemeister gesehen nur noch eine lieferung ich bin angespannt so moment unsere truppen werden verstochen streicht das hier nicht also das ist für mich die einzige möglichkeit die nach und nach hier zu schlagen dass wir immer ein stückchen weiter gehen das zu unserem gebiet machen sachen ab transportieren und warten dass wir wieder hier auf 300 kommen 50 haben wir ja schon dazu gekriegt wir hatten hier 340 180 weniger jetzt und dann waren 50 mehr sind aber immer noch 130 die fehlen also diese armee wird heim gesucht das ist weil die hier drin rumlatschen das ist also nicht so kritisch zu sehen ich bin angespannt so jetzt müssen wir noch aufpassen was die hier bauen wenn sie hier in turben bauen dann müssen wir sehen dafür sie platt machen und hier das gleiche aber hier können sie anscheinend nichts bauen da haben wir richtig einen strich durch die landschaft gezogen und da müssen wir aufpassen das ist meine familie so sehr guck mal die haben auch richtigen pfeil hier irgendwie weil das hier der mitte jetzt weg ist und das so merkwürdig aus aber soll so sein dann macht mal transportiert mal alles ab macht mal macht mal ne die eselskarren sind leider immer noch so viele am pennen das sind alles träger also 62 träger die uns fehlen jetzt hier sachen zu bewegen sollte man sich überlegen ob man das überhaupt denn macht mit diesen karren ich bin angespannt aber jetzt haben wir sogar einen träger frei jetzt nicht mehr naja so ja das ist jetzt eine reine geduldsfrage hier ich bin angespannt und ab und zu mal aufpassen ne dass die hier uns nicht irgendwas hinbauen was wir nicht haben wollen mal sehen was das hier wird da lässt die man erstmal alles dahin bringen da können wir dann immer nach kaputt hauen ich gehe es ruhig an ich gehe es ruhig an irgendwann will ich wieder heim man das ist so eine menge hier das kann dauern die haben auch einen weiten weg jetzt war ganz runter wieder und 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 aber falls jemand eine bessere möglichkeit einfällt dann möge er das schreiben angespannt keine banditen in sicht so jetzt sind sie hier gleich fertig mit ihren vorbereitungen dann können wir sie wieder umhauen mal gucken was bauen sie denn hier überhaupt wir sind bereit ich gehe es ruhig an ich bin angespannt ich hoffe das kämpfen ist bald vorbei wir sind da draußen sicher ja also das kann unter umständen stunden dauern bis die soweit sind weil das ja auch eine ganze menge war hier ist noch so viel holz und da noch und also das kann alles noch wirklich lange dauern ich liebe diese lieferungen die müssen ja hier guck mal da müssen sie ganz lang weil könnte ja schon wieder einen weg machen dann ne man sieht den ja ist die frage ob man das will guck mal hier da stehen die ne das werden ja auch immer mehr hier wie bei uns auch hoffe ich irgendwann aber wir können tatsächlich in der zeit hier ist man weg machen warum nicht ne wir haben ja die zeit jetzt das zu tun dann können wir doch hier auch gleich steinstraße machen wir sind ok wir mächtig von korrig bestimmt die kundigen hier auch schnell durch ausgeliefert werden bis sie jetzt fertig sind damit das dauert wir müssen jetzt unsere ingenieure rennen da sind sie schon und die sachen müssen natürlich dahin gebracht werden aber und mal sehen wie schnell das geht das ganze hier dafür noch ein stück da steht einer ok da gehen sie ja schon mal schneller bekommen die anderen ingenieure jawohl bis dahin stehe schon das ist ein gutes zeichen ich liebe diese lieferung das unterbrochen ist dann fahren dann noch keine ich bin nur ganz hinten welche für keine ahnung wegen algorithmus das jetzt hier verteilt wird wir kommen voran schon mal bis dahin stehen die könnte ein bisschen eng werden für die hier weil die da so lange stehen was so zu machen unsere truppen werden verstochen naja muss er irgendwann bisher fertig werden aber hier das ist mit diesen stellen hier etwas falsch gemacht unsere truppen werden verstochen dann sind wir hier auch bald fertig hoffe ich nur noch eine lieferung können ja auch schon mal hier ein bisschen land wieder nehmen nur harte arbeit zählt nur so rumstehen und sich zerstrechen lassen der ist ja nicht frei gewesen aber die anderen alle die sind weg jetzt der ist auch gleich frei hier ich kann so gut wie alle unsere truppen werden verstochen ich bin schon unterwegs und den letzten noch hier ich bin schon unterwegs so damit haben wir hier jetzt schon mal ein bisschen mehr geschwindigkeit reingebracht und tatsächlich hier das hat sich schon ausbezahlt da kommen jetzt drei stück dazu gekommen ja so dann ist die frage bauen wir hier jetzt im lager auf könnten wir eigentlich machen das sollte ich ein klicken aber alles sie sind gerade scheiße und dann bringt die das nämlich nur noch zum lagerhaus und wir können jetzt dann hier auch wieder türme bauen wo man gleich mal gucken ist gerade die grenze hier aber wir werden sie müssen jetzt erst mal die sachen bringen das haben wir hier haben wir da noch irgendwas ein etwas zu erledigen ist kümmere ich mich darum das sind unsere hier wir wollen wir das auch verbunden noch nicht aber es müssen erst mal warten und jetzt haben wir schon 224 ihr seht bringen jetzt hier sachen bringen jetzt hier sachen hin aber wenn das soweit ist dann haben sie die sachen die dann noch liegen denn also hier in diesem bereich diese ganzen sachen habe ich die jetzt angestoßen hier oder ich wollte nicht anstoßen ja ihr sollt hier also da fehlen noch ein paar sachen die gebracht werden müssen aber da freue ich mich drüber dass das jetzt weiter geht hier ist das nicht schön und die bringen ja immer gleich ein bisschen mehr als nur ein noch eine lieferung wo ist nur ein edel kalender mit so blödsinn die können doch jetzt das ist also oder programmierung hier nicht so schön denn wenn da esel frei sind sollten sie die nehmen und keine träger weil die ja mehr transportieren können also das ist nicht so schön gemacht aber wir haben hier jetzt noch ein paar sachen die fehlen ist die frage können sie die nicht von da nehmen oder müssen die die jetzt zum lagerhaus bringen und von da dann wieder hierher sieht ja fast so aus mal sehen ja die rennen die rennen damit weg das können wir eigentlich da jetzt gleich reinschmeißen aber was sonst so dichtes vollkommen auch spiele nicht oder gerade spiele nicht und da kommen die holz sachen ja vielleicht waren die auch schon auf dem in der karne drauf aber zumindest haben sie jetzt in den zutaten aber es sind ja immer noch so viele hier 61 nicht beschäftigt die ete kann also sowas so jetzt das sind die letzten zehn und dann müssen wir noch drei hämmer haben wir verhält er immer mein leichtes der auftrag heute ja drei haben wir noch da würde auch schön wenn man sieht die kommen oder nicht dass das hier jetzt irgendwie das schon angezeigt wird aber nö vielleicht zu spät auch gebaut das ganze irgendwann muss das hier fertig sein dann können sie den rest an gott sei dank reinschmeißen da ist immer noch so viel das ist gar nicht da kommen die drei okay und wir rekrutieren eifrig weiter was natürlich wunderbar ist ein guter tag genau so müssen wir bald kommen weil anders wird das nicht gehen da sind so viele türme über platt machen müssen da müssen wir erstmal unsere soldaten wieder ersetzen und natürlich auch die diese sachen schnell kaputt bomben können so 123 da sind sie und dann bringen sie alles hier rein hoffe ich die bauen das jetzt fertig 99 100 ich bin mal gespannt ob die dann umkehren wenn das fertig ist 100 100 prozent ja und tatsächlich die kehren um da wenigstens das haben sie vernünftig programmiert so jetzt haben wir hier kurze wege was passiert heilung sieht ja so aus die hier unten stehen die die dies dann an die arbeit denn daher soll er nicht mehr zu stoppen oder können die lieferung ihr seht jetzt wird alles gleich hier reingebracht und das bindet hat dann auch nicht mehr so viele die sind ja ganz schnell hier auch drin was haben wir denn schön ist kohle und erz haben wir hier können uns überlegen ob wir hier jetzt logistik aufziehen kohle erz und stein haben wir hier das ist doch eigentlich gar nicht mal so schlecht sowieso wieso konnten die hier bauen einsatzbereit wachsen ach ja die Verstanden. Mein leichtester Auftrag heute. Vorsicht, Lieferung! Diese Rituale sind uralt. Hauptsache, wir werden bezahlt. Was haben wir denn hier Schönes drin jetzt? Holz haben wir hier auf jeden Fall schon mal, aber keine Steine. Dann sollten wir vielleicht erst mal sehen, dass wir hier Steine abbauen. Aber das ist alles wirklich zusammen. Das könnte eng werden. Aber Steine, ja, Steine brauchen wir. Ja, der ist weg, der ist gewandert, das ist scheiße. Und da kommen wir nicht ran, weil das nicht unser Gebiet ist. So Wege müssen wir machen. Und da kommen wir nicht. da kommen wir das ganze teil ja hier aufziehen so was von dir jetzt hier noch haben wir doch alles schon die kohle mine aufziehen so dann wollen wir hier mal anfangen so 238 haben wir jetzt langsam steigt er ist aber es ist noch nicht viel weil brauchen wir im moment nicht wir können hier ein bisschen logistik eine schwarze tür ich hoffe wir sind da draußen sicher woanders machen können da hinten hin keine banditen in sicht also noch mal schmelzete die kopieren wenn es geht ich hoffe wir sind da draußen sicher keine banditen in sicht ein guter tag waffenschmiede und ausbildungscenter das hinter eines tages werde ich meine familie wiedersehen mal gespannt da kommen soldaten wo die kommen nicht so oft wir müssen wissen sammeln so lange frieden herrscht bin ich glücklich auf jeden fall zum schmelzen genug nur keine barren die wohnen schon ab sind die kämpfe bald vorbei und wenn die fertig sind dann werden wir mal sehen dass wir hier ein bisschen land nehmen möchtest du hier sich nicht so weit ausbreiten ich hoffe wir sind da draußen sicher also das ist ein leichter fehler ich weiß genau dass ich das hier durchgezogen habe und geht er jetzt weg ist hier noch irgendwo ich hoffe das kämpfen ist bald vorbei das müsste eigentlich jetzt alles passen hier und hier steht einer da steht auch einer ist doch noch die steine bringen ja hallo bei den eselkarren hier die können doch da helfen und die jetzt die steine nicht bringen es gibt nichts was ich nicht tragen kann mal sehen ob das klappt wir müssen ja auch fassen lässt uns der turm hier nicht unsere ingenieure weg ballert kommen schon die ersten holen die sachen ich vermisse meine familie rekrutierung abgeschlossen 249 ja so muss das dann weitergehen nicht wirklich die haben sich das übernehmen ich gehe es ruhig an so jetzt sind die schilder auch weg und hier läuft hier ist noch nicht fertig aber hier ist schon mal und da muss natürlich noch was hingebracht werden aber hier nehmen sie jetzt auch eselkarren guck mal sehr schön und überhaupt karren so ist es ruhig an was wollen wir hier machen ich würde mal sagen ja das ist ruhig die mir erstmal die die hier müssen erstmal arbeiten hier können wir ruhig noch ein paar kotelitz rein schmeißen dass wir hier beschleunigen da müsste ich jetzt eigentlich das dahin bringen mal gucken ob er das da abgeführt und der bringt sich da jetzt dann weiß ich was gebaut dann wollen wir uns mal einschnappen wo ist denn hier mal ein ingenieur dem ist nichts zu schwer es gibt nichts was ich nicht tragen kann ich kann so gut wie alles bauen oh gott an der grenze nur harte arbeit zählt ich könnte mehr tragen ich bin schon unterwegs also das kriege ich nicht so gut hin da war ich dachte ich könnte diese kleine ecke da mitnehmen es gibt nichts was ich nicht tragen kann jetzt fängt er hier an gut also das fluss zeichen damit ist gut hier die holen jetzt was ab hier ist da liegt anscheinend unsere truppen werden verstochen wenn etwas zu erledigen ist kümmere ich mich drum nicht fertig so und hier der werker rekrutierung abgeschlossen machen wir auch hier guck mal die machen ja hier brauchen wir noch die da kommt was aussieht doch ja einer naja es dauert mal bis die produktion so anläuft so wir sind bei 255 keine banditen in sicht ein guter tag ja ich wollte das auch mal so exemplarisch gezeigt haben wir können die die hier stehen die können wir schon mal sagen wir mal hier hin in die richtung und dann sollen sie auch hier mit so dann sind kommen die dahin und verteilen sich da und wir wachen und wir haben sie zusammen ich hoffe wir sind da draußen sicher rekrutierung abgeschlossen das ist lustig so ja da kommen wieder welche die sammeln auch hier jetzt soldaten ne ich schlafe ja nicht oder die kai wie schlau die auch immer sein mag aber hier kommt schon mal eine ganze menge nach so dann wollte ich hier unten noch mal so stehen keine zur verfügung aber sobald wir wieder welche haben weil soldaten sterben dann kommen sie auch nötig deswegen jetzt ein bisschen auf vorrat arbeiten hier nötig ist in gange der macht das dann auch das münzen sind jetzt mein nötig ist hier haben die eselkarren gott sei dank jetzt aber immer noch 63 frei würde mich mal interessieren wenn wir jetzt wirklich alles in soldaten umgewandelt haben das denn besser wird münzbrägerei hier guck mal 300 und geholt keiner nur noch eine lieferung 6,8 tausend haben wir so viel kohle haben dann können wir doch auch hier uns ein paar sachen kaufen und zack dann haben wir gleich ein paar bogenschützen mehr und den rest den investieren wir in wo muss ich achtskrieger oder schildkrieger werden wir mal verstehe ich den orden wir sind jetzt hier oben und kriegen hier ja auch was und dann lass uns die mal hier mit rein sitzen oder lassen wir sie ruhig davor gehen dann weiß ich wenigstens einsatzbereit zwei stück noch schnell schnell die wache abgeschlossen so jetzt müsste das eigentlich sehr viel schneller gehen wir haben jetzt gerade 100 mehr als vorher und das dauert doch denn die ganze ecke und da kannst du jetzt noch stunden hier dran sitzen deswegen ich wollte zeigen wie ich mir das vorstelle dass man das machen kann und dann wenn das jemand besser machen kann immer aber sonst vielleicht auf diese art und weise versuchen und dann immer weiter vorstoßen wir haben ja jetzt ein keil da rein getrieben und jetzt gehen wir links oder rechts weiter und dann erweitern wir unser gebiet und dann bauen wir wieder bis wir wieder alles zusammen haben und 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 so anders wird das nicht gehen sonst kriegen wir die nie weg für mich soll es das bis hierhin erstmal sein was sind was den stream angeht ich sag danke fürs zuschauen und freue mich wenn du beim nächsten video wieder dabei bist bis dahin wie immer viel viel spaß beim selber spielen tschüss